So, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Cobra von Games4GamerTV, der Mosch ist natürlich auch wieder mit dabei. Wir spielen ja schon Battlefield 4 auf Hainan Resort im Modus Rush. Das ganze ist natürlich, hab ich ja eben schon gesagt, auf der PlayStation 4, nicht auf dem PC, nicht auf der PS3. PS3 habe ich es ja sowieso nie gehabt, auf der Xbox sowieso nicht. Xbox One auch nicht. Nein, das ganze auf der PS4. For the players und los geht's los, auf los geht's los. So, und ich spiele immer noch den Versorger. Das habe ich nämlich am PC auch gehabt, also immer schön den Versorger aufleveln, weil der Versorger ist gar nicht verkehrt, das heißt nachher zum Beispiel für die Map spinnt. Da, wenn man da das große Munitionspack hat, dann ist man natürlich der Überheld mit Punkten, weil man da ja ordentlich seine Leute versorgen kann, weil das ja so die Map ist, so das zweite Metro. Da kann man seine Jungs ordentlich versorgen. Sag mal, was ist denn hier kaputt gegangen? Bist du direkt da umgegangen? Ne, ich bin gespawnt, aber, jetzt kommt das große Aber. Wie kann ich denn, was sitzt der denn hier rum? Wo sind denn die Boote? Ach, da ist ein Boot. Ich wollte mich nicht krass sagen. Nein, nein. Ah, der hat schon mal wieder einen Messerangriff geblockt, Alter, der Penner. Wie bist du denn eigentlich schon da rübergekommen? Wieso? Ich bin bei A direkt gespawnt. Ah, okay. Ich komme mit dem Boot erst mal angedackelt. Wir sind auch nicht in einen Spot, du Pfeife. Moment, wo bist du? Wir sind auch nicht. Wir sind auch nicht immer in einen Team, du Pfeife, Alter. Du kannst aber rüberkommen, hier ist Platz. Im Wechsel, da ist der Cobra. Ja, wo ist der Cobra? Da ist der Cobra. Da ist er. So, und jetzt wird hier rüber geeizt. Und Vollgas. Und schnell aussteigen. Vor uns hier noch was passiert. Aussteigen. Alter, was war das denn jetzt schon wieder? Momentan läuft ja noch Doppel-XP bis heute Abend, ne? Ich glaube bis 18 Uhr, jupp. Oh, Alter, den hab ich nicht erwischt. Den hab ich nicht erwischt. Dann springen wir hier in den Heli rein. So, und jetzt flieg ich mal schön übers Gebiet hier, dass ich abspringen kann. Boah, ich kann bei keinem spawnen, alle tot. So, direkt im Boot spawnen. Ha, die hat gleich zwei weggenagelt hier. Multi-Kill. Multi-Kulti. Ich halt jetzt mal schön drauf hier. Wir haben mit dem Fallschirm grad mal eine Sekunde gelandet und du-du-du-du um zwei weg. Aber die hätt von den dritten drauf gegangen. Boah, hier ist grad aber richtig was explodiert. So, den hab ich erwischt. Da steh auf, Alter. Reanimier dich doch die ganze Zeit, Kollege. Na scheiße, Little Bird ist leider im Alter. Alter, was machst du da? Kollege, geh mir nicht aus. Geh mir nicht ins Schussfeld. Ach man, ey. Aber das Einzige, was ich schon merke, du hast viel weniger Zeit, die Leute zu reanimieren. Ja, da musst du richtig Gas geben. Haben wir es denn jetzt gelegt, die Scheiße, ne? Ah, Mann. Boah. Leute. Immer da, wo ich reingeknallt. So, mein Freund. Oh, was? Erledigt vom eigenen Schimmelblieb. Na gut. Na gut. Weißt du, muss ich auf so'n scheiß Boot spawnen? Ab ins Gummiboot. Mein rotes Gummiboot. So, dann gab's dir. Wäre schön, wenn ich da spawnen könnte. Ich kann nirgends spawnen. So, dann wieder ab ins Boot. Ah, bei mir drauf. Sehr gut. Ich schal voll drauf auf A. Aber nicht direkt, bitte. Fahr irgendwie links lang. Oder rechts. Ja, da. Links auf dem kleinen Strand fahr ich zu. Ja, genau. Aber hinter die Felsbranne muss man ein bisschen Deckung haben. Wir haben hier keine Deckung. Ich schürfe dir, die Snipern uns gleich hier so raus. Das kann ich dir so bestätigen. So, und raus. Da sind nämlich schon die Ersten. Ne, hab ich erwischt. Mit dem Boot. Bin direkt zur A gelaufen. Ob das so ne gute Idee war. Wieso? Ich bin hinter dir. I need your Deckung. Oh nein! Da war ne Mine. Ne Claremont. Komm leg. Sehr gut. Hast du gelegt? Oh, unreanimiert. Bin begeistert. Oh, ich bin gleich wieder tot. Sniper. Oh, verdammt. JNG 90. Ja, ich laufe jetzt auch hier nur im Kreis. Mann, Sniper. Two Toes Sniper hat mich erwischt. Oh, nein. Nein. Oh, geht sie nur hoch? Geht sie nur hoch? Ah, wann wir sehen. Hat's Bum gemacht? Nein, hat's nicht Bum gemacht. Ab in den Heli. Ab in den Heli. Ab in den Heli. In den Heli rein. Zack. Nice. In den Heli rein. Das ist noch ein Platz frei. Jawoll. Ja, ich bin drin. Jetzt schieb mal auf A, Junge. So, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Raus und runter. Sowieso. Raus und runter. Ihhha. Wow, ich bin ja bei denen drin. Alter. Ich auch. Ich lege. Ach. Ich lege. Nein. Ich bin tot. Ach, das gibt's doch nicht. Du musst aufpassen, bevor du immer an die Station rangehst. Die legen da immer Claymore gegen. Na, ich glaub die Runde verlieren wir, oder? Sollen wir jetzt mal Gas geben, sonst haben wir gleich verloren. Fahrzeug zerstört. Ey. Ein paar Schüssen. Schon da das Ding unten. Und noch fünf Tickets. Jetzt. Ja, bleib hier stehen. Genau, bleib hier stehen, mein Freund. Bleib hier genau stehen. Oh, entschärft. Schade. Da wurde direkt noch entschärft. Na gut, mal sehen was jetzt die nächste Runde ist. Ob wir da Verteidiger sind. Oh, ich hab den Mörser freigeschaltet. Kann ich sogar Mörserschläge raushauen. Ach ja, Ende dieser Woche kommt ja schon China Rising, ne? Mit dem Map-Paket. Ne, in 21 Stunden kommt China Rising und das Map-Pack kommt mit den alten Karten, ne? Von Battlefield 3 kommt Ende der Woche. Oh Gott. Aber nur für Premium-Mitglieder. Alle anderen müssen noch zwei Wochen warten. Das heißt, da sollte man sich schon Premium holen. Wäre glaube ich nicht verkehrt, wa? Oder was meinste? Bist du noch der, Mörsch? Ich hatte gerade jetzt taunt, 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 äh, Schwanz im Mund, äh, Soundprobleme. Ich hab nicht gehört, ich glaub du hast mich nicht gehört gerade irgendwie. Was hast du jetzt gemacht? Ja, gar nix. Ich hab gesagt, es hat dir zugehört, ich wollte dir die ganze Zeit Antwort auf deine Premium-Geschichte, aber irgendwie hat sich nichts da gerührt. Aber jetzt auf einmal hab ich einmal Teams-Geschichte neu gestartet. Da wurden wir jetzt da drauf. Ja, Premium hol ich mir erst Mitte des Moors. Rising kriegen wir ja noch so. Das haben wir ja als Download-Code. Ja, Premium... Das ist ein Map-Pack eigentlich, ne? Ja, ja. Premium werd ich mir erst holen Mitte Dezember. Oh, Alter, da kommt schon ein Fahrzeug. Oh, da kommen schon Gegner. Ja, sag ich doch. Der schmeißt ne Granate, der Junge. Alter, warum kriegt... Warum kriegt er mich und ich ihn nicht, Alter? Ich hab ihn gekriegt. Oh, da sind sie. Da vorne. Ja, kommen zwei über die Mitte direkt. Na, im Treffen tue ich wieder nix. Ja, so wie immer. Richtig. Oh, ich hab einen getroffen mit der Granate. Oh Mensch. Was war das denn jetzt? Ah, wie kommt... Äh, ja. Es ist schon Fahrzeugball schon drin, Alter. Ja, werd mich auch erwischt. Der Cornbreed. Der Cornbreed. Ich will endlich die RGO-Granaten haben. Die hab ich ja schon. Hast du schon? Hast du schon so viel Granaten-Kills gemacht? Du meinst du die, die beim ersten Mal aufkillt, steckst du dir oder nicht? Ja. Ja, die hab ich schon. Oh, und schon wieder der Cornbreed. Ich glaub, dafür bräuchte ich noch ein bisschen Granaten-Kills. Wau mal, Dualshock ist fast leer. Musst du wieder mal anstöpseln, ey. Ja, der geht schneller leer, ne? Ich glaub nicht, ich muss ja heute... Ich geh eh nicht statt bei meiner Freundin. Bei der Geburtstag grad. Ich glaub, ich hol mir dann diese Ladestation und einen zweiten Controller noch. Heute? Ja, ja. Wollte ich mit einem blauen Controller und eine Ladestation. War's heute, oder was? Ja, ja. Geht hier heute Geburtstag. Jetzt ist sie noch in der Uni gewesen. Hat Prüfung gemacht. Hier auf dem Heimweg. Ja, dann sag ihr immer alles Gute von mir. Mach ich. Und wenn ich schnell in der Stadt bin, warum soll ich nicht kurz beim GameStop mal vorbeischauen? Ich hätt sie ja persönlich angerufen, aber ich hab ja ihre Nummer nicht. Zur Not gibt's immer noch Facebook. Ja, das stimmt auch wieder. Alter, warum häng ich hier fest? Warum häng ich hier fest? Ich häng hier fest. Ich häng hier so'n scheiß Baum fest. Ich versuch's zu entschärfen. Ich versuch's zu entschärfen. Mich sieht noch keiner. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht versuchen. Tu das. Ich hab's gemacht. Ah, da ist aber noch ein Gegner. Schnell ran. Der will wieder ran. Ey, wo hängen die denn? Wo hängen die denn hier alle schon wieder? Ja, schon wieder scharf gemacht. Er hat sich schon wieder scharf gemacht. Sich selber. Prob ich mal die Farmers aus hier. Zack, zack. Die Farmers ist gar nicht schlecht. Mal gucken, so. Hallo, Beitritt. Oh, die haben ein gewöhnungsbedürftiges, alter Freivisier, ey. Ja. Das stimmt. Boah, Deckung hier bei A. Ich entschärf. Deckung bei A. Deckung bei A. Bitte, bitte, bitte. Ich komm noch schlimmer in den Hügel. Ich hab entschärft. So, jetzt auf mein B. Komm. Alter, wo ist er schon wieder? Ich seh... Mann, du Sniper, Alter. Ich seh aber keinen Sniper. Ja, der hängt hier irgendwo in der Ecke. Im letzten Busch hängt er. Er ist wahrscheinlich gegenüber irgendwo. Ach nee, Alter. Oh doch, der hat mich auch erwischt. Der Psycho-Sniper. Der Luless. Keine Ahnung, mit drei S, ey. Der Pizzer. Luless. Keine Ahnung, wo der gehockt hat, ey. Bin ich hier auf der Brügge. Brügge, Brügge, Brügge. Boah, das gab einen im Kopf. Oh Scheiße, Junge. Entschärft die Scheiße, entschärft die Scheiße. Wow. Und schon wieder eine Granate von einer V40 Mini, du. Das ist ja wieder... Der Cornbreed, Alter. Der hängt hier die ganze Zeit überall in den Ecken. Die ganze Zeit. Der Kell bereit. Ey, Jungs, wir laufen uns gerade von links. Aber dicke, Alter. Vier Leute. Dicke? Ja, dicke, Alter. Ja, Alter, nee. Pass auf. Ah, ich bin tot, ey. Ach, die Farmers ist nicht so gut, ey. Ach. Keine anderen Attachments für die Waffe, Alter. Wir müssten auf der Brücke verteidigen. Von der Brücke aus kannst du bei A gut rein. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal entschärfen. Ich glaube, einer von uns entschärft das. Komm, mach es. Tu es einfach. Tu es. Ach. Och, komm Junge, ey. Springst von der Brücke, ziehst Fallschirm, stirbst trotzdem, ey. Ne, der hat... Schade, wir haben es zerstört. Was ist jetzt schon wieder los? Warum kann ich denn nicht... Er ist doch... Was knallt denn? Was knallt denn hier durch die Gegend? Hallihallo. Oh, Alter, hat der mich mit dem Dings... Mit dem ACE. 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 Der gesunde Drink. ACE Multivitamin. Alter, drehe ich schon mal um, Junge. Was machen die denn alle hier? Ich muss natürlich erstmal auf die Maps klarkommen, wo die ganzen Punkte sind bei Rush. Das habe ich natürlich auch noch nicht so oft gezockt. Also, zumindest bei Battlefield nicht. Alter, da fliegt der ganze Heli hier rein, ey. Boah, die kommen mit dem Treppenwurf so hoch, Alter. Multikill. Zwei Stück, aber... Ah, und den dritten kriege ich natürlich wieder nicht, Alter. Was sind denn die Bombenplätze? Da unten. Was? Alter. Alter. Der war ein bisschen schneller. Jetzt haben sie beide Punkte bekommen. Ja. Der Sprengsatz an Einsatzstil Alpha wurde entschärft. Ach Junge, komm. Und wieder ein Service da. 2000 immerhin. Ich versuch's zu entschärfen, ich bin dran. Ich hab's. Ich pass' ein bisschen auf A, äh, auf B auf. Ich bin grad bei B. Ach, lass es doch wieder... Ohhhh. Mann. Nein, hat er mich mit dem Granatwerfer erwischt. Eiskalt hat er mich erwischt. Die ganzen Sniper gehen mir hier so auf die Eier, ey. Hast du noch welche? Was hab ich noch welche? Hast du noch welche? Sniper! Eier meine ich jetzt. Ja, nicht hab ich noch Eier. Weil irgendwann, Alter, fallen die mir auch ab, Alter. Ohne Scheiß. Ja, ich glaub auch. Du kriegst vom Geburtstag von mir in den Nadel und Wind fahren. Kannst du wieder hand nehmen. Ja, und jetzt stürzt ich auch noch... Ach, leck mich doch, Alter. Wer ballert denn hier? Und wenn ja, von wo? Och, Leute. Boah, leck mich! Vier Stück sind da, Alter. Keiner trifft oder was? Na, den hab ich erwischt. Zwei Stück. Mal hin. Da sind ganz viele auf dem Weg zu B. Oh, ich steh schon fast wieder auf eigene hier. Ja, das ist so ein bisschen Manko, Alter, zur Zeit, Alter. Die siehst du total spät, ey. Oh, jetzt hab ich auch was von uns vom Dach runter geholt, Alter. So, den hab ich erwischt. Oh, jetzt hab ich einen neuen MG freigeschaltet. Ja, der da hinten drüben steht, ne? Ja, auf dem hab ich gerade mit der K. Ja, genau. Oh, warte mal. Mein Freundin ruft mich kurz an, ey. Muss ich kurz auf laut ausmachen? Mach mal. Bitte entschärfen sie, bitte entschärfen sie. Sehr gut. Jawoll. Wo seid ihr? Verdammt, falls einer von euch einen kleinen Tipp hat, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie kann man hier, also wie man hier vor dem Spiel irgendwie mal ein Squad beitreten kann. Das ging ja bei Battlefield 3 auch, ich weiß nicht, ob das hier auch geht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie das funktioniert. Ich hab das hier noch nicht herausgefunden. So, der Mosch ist wieder online, jetzt gewinnen wir wieder. So, aufstehen. Was schreist du denn hier so rum, ey? Jetzt bin ich voll motiviert, bin ich. Du doch, der schreit hier rum, der Kerl. Irgend so ein Spieler neben mir. Ja, warum hast du die auch alle auf laut? Nein, nicht auf laut, der Charakter ist am schreien. Der Charakter. Alter, schon wieder da oben auf dem Dach, denke ich, dass ein Gegner nicht schießt drauf, Alter. Na, ich glaube, dann würde er sich... Oh, hier ist ein kleiner Roboter. Oh, und hier ist ein Hubschrauber, ein Gegner. Holt den doch mal runter. Oh, ich stütze auf dem Dach ab. Echt? Die sind da oben, die sind da oben, die sind da oben. Nein, Granate, 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 Granate. Hoch, 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 hoch. Jawoll. Wumms. Ey, das hat einer von uns einen alten, den habe ich mit einer LGO-Granate getroffen. Das gibt's doch nicht. Was ist los hier? Boah, hier, Alter, bei uns am Spawnpunkt ist ja die Party auch 10. Wir haben noch zwei erwischt. Ja, meine Freunde, das war wieder eine kleine Runde Battlefield 4 auf der Saison. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Jawohl. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.